Ah, der alte Trick mit der abgeschlossenen Tür. Funktioniert immer. Frag doch die nette junge Dame hinter der Theke, wenn du etwas willst. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Was für Kostüme haben Sie? Selbstverständlich. Ich werde nachsehen, was vorrätig ist. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Wie viel Sie gemacht? Das ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit, um so etwas zu tragen. Eine Säule. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du etwas Maskulines in seiner Form sehen willst, ist das deine Sache. Aber soweit es mich betrifft, ist es eine simple Säule. Bei meinen Schwingen. Wer seid ihr? Ihr seid wahrlich nett anzuschauen. Mein Name ist Sharon und ich muss sagen, dass es eine schlechte Idee war, hierher zu kommen. Sharon, wie bezaubernd. Mich nennt man Paff. Beschert mir das Vergnügen eurer Gesellschaft. Diniert mit mir. Ein Moment noch. Das war knapp. Eine Einladung zum Abendessen ist ja ganz nett, aber eine Einladung als Abendessen? Bing, hay, Glockenbal. Aber jetzt ist Point vonudible.